Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die mich heute das erste Mal sehen, ich verbinde mich mit Seelen. Das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast oder an deine Seele oder an eine andere Seele, wie zum Beispiel deine Kinder, Eltern, Arbeitskollegen, Freunde, dann brauche ich die Fragen dazu. Ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele der mitteilen möchte. Ich habe unter dem Video ein Live Channeling verlinkt, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, damit ihr ein Gefühl bekommt, wie das so abläuft. Ich habe auch ein Video verlinkt, ein kleiner Einblick in meinen Lebensweg, über all meine Süchte. Ich hatte viele Jahrzehnte Bulimie, Makersucht, geraucht wie ein Schornstein und viele andere Süchte mehr und ich bin davon geheilt und befreit. Ja, da steht gerade, es ist ein Netzproblem aufgetreten. Ich hoffe, das Video geht weiter. Entschuldigung. Ja, das wäre schade, wenn es jetzt umsonst noch, aber okay, geht wieder. Genau, auch das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und meine Webseite, was ich alles anbiete, genau, auch da könnt ihr gerne draufgehen. Ich möchte gerne heute über das Thema sprechen, was es überhaupt heißt, liebevoll und achtsam mit sich zu sein, weil das sagt man ja oft, ja, du musst dich erst annehmen, du musst dich lieben, du musst wertschätzend mit dir sein, du musst dich sehen, du musst dich wahrnehmen, bla bla bla. Ich mache jetzt so bla bla bla, weil, das habe ich ja früher auch oft gehört und habe gedacht, mein Gott, ja, wie geht denn das oder ich bin doch dran oder an was erkenne ich es denn, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache. Das hat mich sogar manchmal wütend gemacht. Ja, ich will ja, aber und dann auch die Ungeduld. Ja, ich mache ja schon. Wisst ihr, und da geht es nämlich schon los. Dieses liebevoll mit sich sein, auf sich zu achten, bei sich zu bleiben, wenn wir das alle können, wir haben es ja geschafft, wunderbar, ich bin bei mir, weil wenn ich wirklich bei mir bin, liebevoll mit mir umgehe, mich achte, spüre, was ich will, wo meine Grenzen sind, dann bin ich ja hier und jetzt. Ja. Aber, wie komme ich da hin? Natürlich ist es ein Weg. Das weiß ich heute. Deswegen biete ich euch ja auch viel an, um da hinzukommen, Stück für Stück. Das ist jetzt nicht mit dem Finger steben, ah, danke Sabine, Michelle, dass du mich jetzt daran erinnerst. Oder jetzt ist es mir bewusst, alles klar, ich mache es ab jetzt so. Wäre schön, wenn das so einfach wäre. Wisst ihr, ich will gucken, wie ich damit anfange. Ja, ihr seid ja immer meine besten Beispiele. Ich hatte letztens eine Kundin in der Verschrittanleitung, die hat mich im Gespräch gefragt, Sabine, Michelle, an was erkenne ich denn, dass ich geheilt bin? Aha. Und ich habe eh bei ihr gespürt, ja, sie will am liebsten ganz schnell alles machen, sie will auch und es ist ja das Schöne, diese Voraussetzung, dass jeder hat, ich will, ich will bei mir ankommen. Ich will mich heilen. Ich will mich leben. Ich will ihn am liebsten vergessen, weil ich denke ständig an ihn. Ich will, ich will, ich will. Das ist ja bis zu einem gewissen Punkt gut. Aber, weil es ein Zeichen ist, dass du wirklich an dir arbeiten willst, dass du das heilen willst, das Alte, was in dir ist. Das ist ja bis zu einem gewissen Punkt auch wichtig, diesen Elan zu haben, diese Kraft zu haben, in mich zu investieren, weil ich es will. Aber, wenn man zu viel will, dann ist man im Kopf. Man spürt gar nicht sich. Und jetzt komme ich wieder zu der Selbstliebe, zu der Wertschätzung, zu dir selber. Und das hat sie dann auch verstanden. Ich habe das auch gut mit erklärt dann. Wenn du zu viel willst, dir zu viel Druck machst, bist du erstens nicht bei dir, zweitens bist du im Ego, zweitens du bist im Kopf und du siehst gar nicht, was deine Seele schon geschafft hat. Oder wo du spürst, wow, das habe ich schon geschafft. Oder wow, das ist dann die Liebe. Vielleicht spürt ihr das auch. Das ist zu fühlen. Ah stimmt, ich mache da gerade so einen Druck. Allein der Druck ist gerade keine Selbstliebe, ist keine Wertschätzung zu dir. Ich weiß, was in einer Gesellschaft, wo alles ganz schnell geht, wo am besten, du musst fünf Dinge auf einmal machen. Aber das ist leider Gottes die Realität. Aber du kannst zurückgehen in dich, du kannst zu dir gehen. Und das ist die Wertschätzung, das ist die Selbstliebe, die Achtung zu dir selber. Und da spürst du auch, was du gerade brauchst, was du willst. Ja, ich will gerade bei mir sein. Das müssen wir auch üben. Wir sind ja auch von uns weggekommen, aufgrund unserer Lebensgeschichte. Dieses Kämpfen, Papa, Mama soll mich lieben, liebt mich doch. Wir sind in so einen roten Faden reingekommen, wo wir nur im Außen gucken, gucken, Wertschätzung, Anerkennung bekommen und dies und jenes. Nein. Die Wertschätzung und die Liebe fängt bei dir an. Zurückgehen. Und jetzt nochmal zu der Kundin, die gesagt hat, an was erkenne ich denn, dass ich geheilt bin. Lehn dich zurück und spüre, wo du gerade stehst. Nimm dankbar an, was du gerade geschafft hast. Dann bist du in dem Moment bei dir. Und ich habe auch viele Kunden, die dann sagen, ja, aber das setzt mich so unter Druck, weil das heißt, du musst dich heilen, du musst das gemacht haben. Und das geht es gar nicht, sondern du stehst da, wo du gerade stehst. Oder auch andere Kunden sagen mir dann, ja, aber die hat es geschafft in so einer Zeit. Oder die hat es schon geschafft. Gehst du gerade liebevoll mit dir um? Wenn du so denkst? Nein. Du machst dich gerade klein. Du tust dich abwerten. Jeder hat seinen eigenen Seelenplan. Ich meine, natürlich, wenn du, jetzt mal knallhart gesagt, nichts tust und siehst, andere schaffen sie. Ja klar, dann muss ich sagen, ja, dann bist du ja auch, das ist ja dann deins. Ich meine, von nichts kommt, du musst ja auch auf dich auf den Weg machen. Das ist ja logisch. Ja. Aber die Kunden, die mir das mitteilen, die sind ja auch am Arbeiten. Die sind ja auch, die unterstütze ich ja auch. Und trotzdem kommt die Frage und ist auch berechtigt, weil ich das auch ja hatte. Aber dann immer wieder zu sagen, stopp, du bist doch dran. Du machst dir gerade Druck. Du hast doch deinen Weg schon. Du bist doch dabei. Ach, ach ja, ja stimmt. Du bist du. Jemand anders ist jemand anders. Du bist auf deinem Weg, da wo du jetzt bist. Und es auch liebevoll anzuerkennen und auch sagen, okay, ja, ich brauche da gerade das und das habe ich doch schon erreicht. Und ich weiß, das und das steht auch wieder an, wie zum Beispiel Sabine Michelle. Ja, die Blockadenlösung im Januar haben wir ja dann. Dann freue ich dich drauf. Aber bis dorthin hast doch du jetzt das, was du jetzt gerade hast, liebevoll zu integrieren. Und nicht schon zu denken, ja, mein Gott, aber ich will jetzt das Nächste und das muss jetzt auch noch sein. Nein. Vergleiche dich bitte nie mit jemand anderem. Bitte nicht. Das habe ich ja so gemacht. Gerade beim Karl, wenn ich gesehen habe, da guckt ein bestimmter Frauentyp nach, wo ich gedacht habe, scheiße, das bin ich ja gar nicht. Und ich habe nun mal nicht, was weiß ich, diese großen vor mir, sondern, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Ich habe halt, ich bin, ich habe nun mal das, soll ich jetzt mir was implantieren oder vergrößern lassen, nur damit er mich toll findet, ist jetzt nur ein Beispiel. Oder ich habe jetzt nun mal nicht das, was die hat. Und es tut weh. Wir wollen, wir wollen, ich habe mich verglichen. Ich wollte es haben. Weil er das, der toll gefunden hat, wollte ich es haben. Ich denke, nein, heute weiß ich, ich bin, wie ich bin. Und ich bin gut, so wie ich bin. Und ich bin liebenswert, so wie ich bin. Und wenn er das nicht begreift, das weiß ich heute, ja, dann bin ich die Falsche. Dann muss er halt jemanden suchen, der so ist. Und zum Glück, der Karl, ist es ja jetzt nicht mehr. Aber früher war es so. Und deswegen ist es ja so ein Beispiel, dass ihr bei euch guckt. Ihr seid so, wie ihr seid, gut. Und wenn ihr aber spürt, aber ich weiß noch gar nicht richtig, wer ich bin. Deswegen seid ihr jetzt vielleicht an meinen Kanal gestoßen oder deswegen seid ihr ja bei mir. Ich unterstütze euch ja, um immer mehr dahin zu finden. Das ist doch nicht mit dem Fingerschnippen einmal getan. Aber diese Liebe zu euch zu haben, okay, ich bin, wie ich bin. Das zu finden. Ich weiß, meine Eltern haben mich auch nicht so angenommen, wie ich bin. Und wir jagen irgendwas hinterher, um endlich mal die Liebe und die Anerkennung zu bekommen. Find sie in dir. Und da geht es los. Mach den Druck weg. Sondern sag dir, ich bin dabei. Und ich bin auf meinem Weg. Und ich habe die Unterstützung. Um das geht es. Geduldig zu sein. Liebevoll mit dir zu sein. Und nicht dich zu messen. Ja, wann bin ich denn fertig? Wann ist es denn geheilt? Ja, wann bin ich denn geheilt? An was erkenne ich das denn? Du erkennst es daran, wenn du liebevoll mit dir bist. Wenn du liebevoll zu dir sagst, da stehe ich gerade. Und es ist gut so. Das habe ich schon geschafft. Und ich weiß, da steht noch was vor mir. Aber das werde ich auch noch schaffen. Und wann du wirklich geheilt bist, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Weil es werden immer Herausforderungen kommen. Ich spüre, ich bin auch noch nicht geheilt. Ich bin von meinen Süchten befreit und geheilt. Wow, herzlichen Dank, lieber Gott. Das habe ich geschafft. Da hast du mir die Kraft gegeben. Da hast du mich unterstützt. Aber was heißt denn wirklich geheilt? Es wird immer Herausforderungen im Leben geben. Auch ich habe sie. Aber ich gehe damit anders um. Ich kann damit umgehen. Mal mehr, mal weniger. Dann gibt es mal wieder eine Zeit, wo ich eine Wut hatte. Habe ich euch, glaube ich, im letzten oder vorletzten Video mitgeteilt. Die Herausforderungen werden immer sein. Geheilt wird man nie. Für mich ist geheilt sein, endlich bei mir zu sein. Mich so anzunehmen, wie ich bin. Aber trotzdem kommen Herausforderungen. Ich bin von meinen Süchten geheilt. Ja, wenn du das geschafft hast. Du hast eine Sucht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann bist du von der Sucht geheilt. Aber wann du wirklich geheilt bist. Du als, sag ich mal, Brigitte oder Werbel. Es wird immer was geben. Es ist die Art, wie du damit umgehst. Wie wertschätzend du dann in dem Moment zu dir bist. Verurteilst du dich in dem Moment. Kommst du wieder in eine Sucht rein in dem Moment. Hast du eine Wut auf eine andere Person in dem Moment. Geheilt ist, oder die Wertschätzung ist für mich, geheilt sein, wenn ich in jedem Moment mit der Situation umgehen kann. Oder reflektiere und spüre, ah, das und das ist es gerade, dankbar zu sein, mich wieder liebevoll annehmen. Okay, ich weiß, die Herausforderungen habe ich. Aber ich gebe das Beste. Ich gehe achtsam mit mir damit um. Ich gehe liebevoll mit mir um. Ich mache mir keinen Druck. Das sage ich jetzt so leicht. Natürlich gerad ich da auch rein. Aber sich dann zu besinnen, das ist das Achtsame mit sich sein. In jedem Moment liebevoll mit sich sein. Das ist nicht einfach. Das stecke ich auch drin. Aber sich zu erinnern, stopp, ich gehe gerade nicht gut mit mir um. Ich will gerade was. Ich mache mir gerade Druck. Ich bin gerade ungeduldig. Das ist nicht liebevoll. Und jetzt soll man auf den Anfang zu kommen. Wie geht man, wie macht man das, habe ich gerade gesagt. Jede Situation liebevoll mit dir sein. Du bist so, wie du bist, einzigartig und gut. Punkt aus, Amen. Und wenn du Unterstützung brauchst, dann gehst du es ja auch an. Zum Beispiel mäßt dich bei mir. Das ist ja auch was Achtsames, Liebevolles. Sich nicht rumzuquälen. Zu wissen, ah, da gibt es jemanden, dem ich mich anvertrauen kann. Die Person, der mich versteht. Dann kläre ich das. Ja, wunderbar. Und schon geht es dir besser. Erlebe ich ja auch in vielen Gesprächen. Und so weiter. Aber vergleiche dich nie mit jemand anderem. Oder die ist so weit. Oder die hat das schon. Das will ich auch. Nein. Das ist nicht liebevoll und achtsam mit dir umgehen. Du bist so, wie du bist, gut. Und wenn du spürst, dass du was weiter willst, wo du merkst, da steht was an, auch das liebevoll annehmen. Und auch sagen, okay, ich gehe es dann an. Dann und dann habe ich zum Beispiel den Termin. Oder dann und dann mache ich das. Und bis dorthin, so gut es geht, liebevoll mit dir zu sein. Dich nicht zu verurteilen. Dich nicht zu vergleichen. Das kannst du sofort jetzt auch machen. In jedem Moment. Er ist noch nicht da. Ja, ich weiß. Aber du hast dich gerade. Geh liebevoll mit dir um. Sei ihm vertrauen. Das auch ist, ich weiß, es ist so einfach gesagt, sei ihm vertrauen. Ich weiß es doch. Aber letztendlich geht es dorthin. Die Geduld, die Liebe zu sich selber, im Vertrauen zu sein. Es abzugeben an Gott, lieber Gott. Ich gebe es in deine Hände. Auch das übrigens, ich arbeite. Ich bin sehr mit Gott und mit Jesus verbunden. Das ist mein Weg. Ich gebe es ab. Mach du für mich. Ich kann gerade nicht. Oder zeig es mir. Augen und Ohren offen zu halten. Das heißt nicht, dass, wenn ich es ihm jetzt mitgeteilt habe, schwupps, kriege ich gerade ein Ergebnis präsentiert. Aber das wäre ja auch toll, wenn das immer so wäre. Sondern immer liebevoll zu sagen, ich vertraue drauf. Ich weiß, das will mir was zeigen. Das will mir was sagen. Die blöde Situation gerade. Oder dass das und das immer noch nicht da ist. Ja, sei liebevoll mit dir. Und wenn du spürst, da ist noch was Tieferes in dir, dann geh es an. Ich bin da. Okay? Ich hoffe, ich konnte es euch so gut rüberbringen. Ich kann euch da gut verstehen. Ich war ja auch so. Ich habe gedacht, und das mache ich noch. Und das muss alles schnell sein. Wie so ein Abhaken. Das habe ich jetzt auch gemacht. Okay, das habe ich auch gemacht. Nein. Die Seele muss auch mit wachsen können. Und gerade die Vier-Schritt-Anleitung ist ja so wertvoll mit der Meditation in der Nacht. Das geht so im Schlaf. Viele kriege ich ja auch die Kommentare dann. Oder die auch die Blockadenlösung dann mit integrieren natürlich. Die sagen ja auch, wie wertvoll die Vier-Schritt-Anleitung ist. Oh, und das habe ich jetzt. Das ist so schön. Da merke ich, wie ich da eine Ruhe reingekriegt habe. Wie sich das jetzt gelöst hat. Das ist eine andere Energie. Und das ist schön. Alles geht Stück für Stück. Okay. Alles braucht seine Zeit. Und ich vergleiche das immer mit einer Pflanze. Wenn du was pflanzen möchtest in einem Topf, dann muss erst die alte Erde raus. Die muss raus. Deine Vergangenheit, deine alten Muster. All das Alte muss raus. Schmeiß die Erde raus. Und erst dann kannst du neue Erde reinmachen. Das auch von Grund auf, was Neues gesät werden kann. Und es wächst dann auch. Wenn du auf eine alte Erde, weil du sagst, naja, jetzt habe ich ein bisschen was gemacht. Ich bin jetzt ungeduldig. Ich will jetzt was Neues. Ich habe da jemanden kennengelernt. Schwupps, du wirst ziemlich schnell merken. Aufgrund der Situation, wo du wirklich stehst. Weil er wird dir auch ab da die Wunden wieder von Latz knallen. Das heißt, wenn du auf eine alte Erde ein Stück raus machst von der alten Erde und was Neues einpflanzt, obwohl es noch nicht auf einem tiefen Punkt war, dass da noch nichts, dass da einfach noch was Altes ist, dann kann auch das Neue nicht wachsen, weil die neue Erde auf der alten Erde liegt. Es kann nicht fruchten. Es wird wieder knallen bei jedem Thema, wo auch jeder steht. Und da auch liebevoll, sogar dann liebevoll zu sein und zu erkennen, okay, ich merke, da bin ich zu schnell was angegangen oder ich habe was übergegangen oder ich habe gedacht, ich schaffe es alleine. Auch das sollte dann so sein. Das heißt, ich bin für euch da, dann wird wieder ein Stück alte Erde rausgeholt. Das ist so wichtig. Und interessanterweise habe ich das als Kind schon gefühlt. Und da ist was dran. Wir müssen, dass was beständig wachsen kann. Auch wie ein Baum. Es muss von Grund auf langsam, aber stets wächst es dann dafür. Ja, die Geduld, dieses Vertrauen in sich ist so wichtig. Und auch dran zu bleiben, wenn er spürt, da kommt wieder was. Das ist auch achtsam und liebevoll mit sich sein. Viele sagen dann, ja, weißt du, wenn ich sie frage, ja, warum meldest du dich jetzt erst? Aber ich habe gedacht, ich schaffe es allein. Das ist nicht liebevoll mit sich sein, wenn du dich quälst. Wenn du dich kaputt machst. Wenn du nachts nicht, wenn die Zweifel da sind. Du bist dann in dem Moment nicht liebevoll und achtsam mit dir. Und das Schöne ist, es ist ja wie ein Quantensprung dann. Ah, danke Sabine, Michelle. Jetzt verstehe ich es. Jetzt weiß ich, ja, ich werde das und das machen. Je nachdem, was es ist, ist dann auf einmal die Lösung da, einen Schritt weiter zu gehen. Und dann spürt ihr, ah, wie toll das ist. Ihr seid euch wieder ein Stück näher gekommen. Und es ist ein Prozess. Das ist nicht von einem halben Jahr oder Jahr, was jahrzehntelang falsch gelaufen ist, gut zu machen. Ja, aber bin ich endlich fertig? Nein. Und dieses Gefühl müsst ihr haben. Dürft ihr hinwachsen. Diese Liebe zu euch. Okay. Es geht. Langsam. Oder das und das habe ich schon geschafft. Wow. Das ist doch so wertvoll. Und da aufzubauen und dran zu bleiben. Und nicht dahin zu gucken, was noch nicht ist oder was nicht gut läuft. Guck dahin, was schon gut läuft. Und wenn es nur kleine Schritte sind. Und wenn es nur ist zu erkennen, zum Glück bin ich nicht mehr in so einem tiefen Loch, wie ich früher war. Ich bin zwar wieder im Loch, aber ich komme schneller raus. Und ich bin ja dran. Wow. Ich kann euch trösten, mir geht es trotzdem auch so. Ich sage euch was, wo ich mich aber selber auch sagen muss, Sabine Michelle, gell? Das, was du gerade sagst, darfst du dir auch selber anwenden. Ja. Aber ich bin dann auch ganz schnell wieder bei mir. Ja. Ich fühle es ja. Ich weiß es. Es ist dann wieder nur, der Karl erinnert mich ja dann auch und so. Hey, hey. Ah ja, hast ja recht. Es ist ja schon in mir drin. Und, ähm, ah, ich weiß, diese liebevolle Achtsamkeit. Ja, ich weiß. Geduldig sein, was ich schon geschafft habe. Und es ist so wichtig. Okay? Also, vergleicht euch bitte nie mit jemand anderem. Und nie, die hat es schon geschafft, der hat es geschafft, die weiß schon, was sie will. Ich habe es noch nicht, dabei mache ich doch schon. Nein. Du tust dich in dem Moment sowas von verurteilen und klein machen. Opfer. Nein. Sondern, okay, die Person hat es schon geschafft, die hat ihre Seelengeschichte. Äh, du kennst doch die ganzen Geschichten, den Vorlauf nicht. Deswegen, auch deswegen ist es so bescheuert zu sagen, sich zu vergleichen. Du bist du. Du hast deinen eigenen Seelenplan. Und allein das schon ist doch, ach, beruhigend. Oder zu sagen, okay, ich weiß, besinn dich. Okay? So. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein Stück weiter bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert mich, aktiviert die Glocke. Vielleicht für ein oder andere, wo jetzt ein bisschen so ein Aha-Effekt hatte, würde ich mich auch über einen Energieausgleich freuen. Könnt ihr gerne ganz unten in der Webseite sehen, wo ihr überweisen könnt. Ja, und ansonsten, wenn was ist, ich bin für euch da. In der Webseite findet ihr alles. Ist alles ganz einfach. Was euch anspricht, könnt ihr gerne buchen. Hab euch lieb, eure Sabine Lichel. Tschüss.